Sachsenhilfe Hamburg, kurzer Torius am Apparat. Mit wem spreche ich bitte? Ich möchte Sie haben, Herr Müller. Um was geht's denn? Betriebs immer keiner mehr. Es geht um eine private Betriebsamkeit. Es geht um die freiwillige Organisation zur Rückveredelung der deutschen Sprache. Wir bieten den Sachsen einen kostenlosen Sprachkurs zur Entfaltung des vollen Stimmvolumens an. Wir sind da Rentner. Wir werden das nicht mehr brauchen. Herr Müller, man ist nie zu alt zum Lernen und sprechen, Sie sprechen ja jetzt wahrscheinlich schon viele Jahre mit einer leicht gepressten Fistelstimme und wollen bestimmt so eine schöne, klare Aussprache wie ich haben. Das lohnt sich nicht mehr. Nehmen wir zum Beispiel das einfache Wort Getreidespeicher. Bitte sagen Sie mal einfach mal, so wie es Ihnen in den Sinn kommt, das Wort Getreidespeicher. Getreidespeicher. Sie sehen, das Wort muss einfach mehr im vorderen Viertel des Zungenbereiches gebildet werden und das Ende bitte nicht verschlucken. Getreidespeicher. Ja, versuchen Sie es nochmal. Trotzdem, das ist nichts mehr für uns. Schönen Dank für Ihren Anruf. Herr Müller, Augenblick, das einfache Wort Kleiberhütte.